Servus Messerfreunde. Ein kurzes Unboxing Video. Ich mache diesen Brief mit diesem schönen Victorinox Climber mit den schönen weißen Griffschalen auf, weil ich vermute, wenn ich richtig liege, ist da etwas drinnen, das wunderbar zu diesem Victorinox passt. Machen wir jetzt mal auf. Ich glaube das reicht schon. So, ja genau, es ist drinnen, was ich vermutet habe, ein, wie die meisten jetzt schon erkennen werden. Ein kleines Victorinox. Genau, ein schönes kleines Classic. Ich habe in Thailand einer guten Freundin mein altes schwarzes Classic geschenkt. Da brauchte ich ein neues für meinen Schlüsselbund. Es ist doch immer wieder mal ganz praktisch. So ein kleines, ja eigentlich ein Nagelwerkzeug. Pfeile und natürlich die sehr praktische Schere mit Pinzette und Zahnstocher. Ja, das kommt jetzt an meinen Schlüsselbund. Irgendwie finde ich die weißen Griffschalen einfach sehr schön. Es hat was, ja wie gesagt, vorher hatte ich ein schwarzes und jetzt habe ich, ja meinetwegen zufällig, ja zwei weiße Victorinox Messer. Ja, das war es schon bei diesem Video. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau.